Das ist richtig. Nein. Aber warum denn nicht? Pitys. Nein, Pitys. Aber ich nenne dich ja Pitys. Ja, aber das ist ja der Spitzname. Ja, aber das ist ja der Spitzname. Das ist ja der Spitzname, der Spitzname sagt man aber Pitys. Nein, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Aber Pitys sag ich doch nicht. Nein. Ja, das ist richtig. So, ich mach das jetzt weg. Verkauf werde ich hier. Hä, du tust ja so Pitys. Ich ne, ich hab Pitys. Nein, das ist falsch man. Puh. Hahaha. 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 Das ist so nachvollziehbar. Beide? Hahaha. Hahaha. Aber das ist mein Lieblingssong. Das ist deiner. Das ist beides. Das ist deiner. Nein. All I need is your love tonight. Is some love tonight. Ja, kann man sagen. Bei dir richtig? Bei mir ist richtig. Ja. Hab keinen offiziellen. Ja, aber das ist dein offizieller. Ist okay. Aber bei mir, ich hab auch natürlich... Dann gibts halt so ne Geschichte mit dem Lied. Deswegen... Erzähl die doch mal. Hahaha. Nein, nein, nein. Deswegen... Ich hab auch... Ist das... Ist das richtig? Ich sag nichts mehr. Ja. Ja. Das ist richtig. Er duscht generell immer heiß. Hast du mir immer gesagt. Glaub ich, nach dem dritten Training oder so. Ja. Ich dusche wirklich nur kalt, wenn ich aus der Sonne komme oder so. Aber sonst... Sonst immer heiß. Ach, es geht ja um ihn, ne? Boah. Bei dir richtig? Bei mir ist richtig. Bei mir ist falsch. Warum denn falsch? Weil mir süß ist. Nein. Bei dir ist auch salzig. Nein. Doch. Nein. Ich hab heute wieder auf dein Teller geguckt und du hast auch Dingens. Ja, was denn? Ja, das ist salzig gewesen. Ja, beides. Aber... Nein, nein, nein. Wenn ich mich entscheiden könnte, süß. 100 Prozent. Aber das machst du jetzt extra, weil... Nein. Wirklich süß. Auf alles das machst du jetzt extra. Nein, Quatsch. Süß. Süß ist richtig. Ich weiß es. Ich glaube, du weißt mein Traum. Also es kann eigentlich nur das sein. Aber das ist auch richtig, ne? Ja, das ist richtig so. Bratte, bratte. Ey, bratte. Dies ist bratte. Okay. Ach ja. Läuft bis jetzt gut, ne? Wir kennen uns eigentlich ganz anders. Ich finde uns gut, aber du hast ein paar Mal gelungen. Ich hab gar keine zwei Meinungen. Ach. Ja so. Aber ich... Das ist jetzt aber auch... Da kann ich aber auch sagen, dass das falsch ist. Sag doch mal. Ich hab doch Hund. Ja, das ist bei mir richtig. Ja, bei mir. Aber du weißt ganz genau, ich hab Angst vor Hunden. Na ja. Ich hab für einen Moment vergessen, dass ich das für dich mach. Deswegen hab ich gerade ein Ausrufezeichen dahin geschrieben. Ja, das stimmt. Und wo ich das dritte Ausrufezeichen gemacht habe, dann sag ich mir scheiße. Ich bin heute noch von zwei Hunden weggelogen. Mann ey. Ja. Also ist es richtig oder falsch? Falsch. So, ich mag auch keine Katzen. Also was heißt keine Katzen? Und beides ist okay, aber ich hab Angst vor Hunden. Also krass, dann müsst du nicht für Katze entscheiden anstatt für Hunden. Ja. Wenn es auch drauf war. Ich hab aber nur Gebissen deswegen. Naja, schwer. Ja. Ja. Jetzt muss ich nachdenken. Habe ich Zeit zum Nachdenken? Ich hab schon geschrieben, ne? Ja, ich hab keine Ahnung. Verstecktes Talent, ne? Betonbar versteckt. Zeig mal. Bei dir Tempo. Wah, das hab ich nicht verste... Den kann ich ja nicht. Willst du safe, dann? Ja, sag mal, es stimmt. Bei dir? Warum denn? Bei dir? Es stimmt tanzen. Dann sag ich auch, es stimmt. Ja, gut. Dann möchte ich kein Punkt verlust haben. Warum bist du ein Moment, ey? Ja. Warte. Äh, warte, warte, sorry. Ich hab mich verschrieben, ich schwöre. Sag mal. Ich hab ohne gesagt. Du hast mir letztens noch gesagt, ich bin kein Mann, weil ich immer so Metall mit so... Ja, es war aufs Spiel bezogen, oder? Aufs Spiel gezogen? Ja. Im Spiel hast du immer lange an. Ja. Deswegen sag ich mir, du hast nie an. Doch, ich hab auch oft an. Nein, aber du hast meistens nicht an. Jetzt seid du ehrlich. Geh doch unsere Bilder durch! Ja, aber du hast ja... Du willst ja nicht zweimal an, Mann. Ja, nein, es zählt nicht. Zweimal anziehen. Ja, komm, ist in Ordnung. Zählen wir gerade anziehen. Ich hab sogar im Sommer an. Ja, also bei Mainz richtig, ja. Ja, Mainz aber auch. Erzählt die Punkte am Ende zusammen. Ja, bei Mainz ist das auch dann richtig. Du hast auch gerade gesagt, dass es stimmt. Ja, okay. Punkt für beide. Bei Bido weiß ich manchmal nicht, ob der überhaupt einen starken Fuß hat. Ja, das ist ein Kompliment. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Das ist ein Kompliment. Kann man so und so sehen. Ja, du hast nicht mal einen linken Fuß. Ja, du hast nicht mal einen linken Fuß. Ja, ich mein, das sollst du nicht mehr so. Ja, ich mein, das sollst du nicht mehr so. Ähm. Aber deins ist eigentlich auch noch. Ähm. Müsst du auch eigentlich wissen. Ja, das ist richtig. Ich mein, das ist richtig, ne. Ja. Bei ihm auch. Wir kennen uns schon gut, wie man sieht. Also eigentlich fast alles richtig. Es ist ein eingespieltes Team. Ja. Äh, ja, ist richtig und bis auf eine Sache oder zwei haben wir eigentlich alles erraten, ne? Ja, was eigentlich so ist, dein Spitznamen ist beklick, ich nenn dich ja so. Ja, aber offiziell ist es mein Nachname. Ja, offiziell ist es mein Nachname, aber auch dein Spitzname. Naja... Aber das ist ja dann auch... Ja, mein Bilo ist auch ein Teil von meinem Ding. Gut, das war's, ne? Das war's.